Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lenz-TV natürlich mal wieder und unser Esker Sturm hat wieder mal seine Arbeit gemacht. 3-0 am Ende gegen St. Pölten und man muss wirklich sagen, den Blackies geht es auch, wenn es im Moment nicht in jeder Partie, in jeder Phase, jeder Partie spielerisch vom Glanz geprägt ist. Ja, es geht trotzdem relativ leicht von der Hand aufs Ganze. Die Defensive bomben sicher, Siebenhandel und Co. lassen im Moment nichts rein. Ja, da würde nicht mal eine Maus ins Netz kommen. Und ja, in der Offensive hat man auch wirklich schön langsam das Gefühl, okay, jeder ist schon für ein Tour gut. Natürlich auch, klar, ein herausragender Gitaishvili, ein herausragender Janscher und, und, und. Also wie gesagt, die ganze Mannschaft, die macht einfach Spaß. Die Blackies sind erfolgreich. Spielerisch ist es anzusehen auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, man darf sich einfach nur freuen und schauen, wo die Entwicklung eben dann speziell im Frühjahr dann auch weiterhin geht. Zum Spiel selber. Sturm, ja, in den ersten Minuten vielleicht jetzt noch nicht so hundertprozentig in der Partie drin gewesen. Die erste Möglichkeit oder Fastmöglichkeit hat auf jeden Fall St. Pölten von halbrechter Position. Ich glaube, Blauensteiner wäre da recht ungehindert zum Abschluss gekommen. Wir will nochmal ablegen und Dante grätscht im entscheidenden Moment dann nochmal dazwischen. Der erste Sturmabschluss nach, ich glaube, so knapp zehn Minuten herum von Jakob Janscher. Gutes Zuspiel in den Lauf, also hohes Zuspiel in den Lauf von Ota Gitaishvili, also von Jakob Janscher, von Ota Gitaishvili das Zuspiel. Und Janschers Abschluss, ja, so aus leicht halblinker Position, wird dann von Riegler der Ball außerdem noch abgefescht gewesen. Es geht eben so ein bisschen hin und her Sturm, übernimmt aber dann schön langsam das Kommando in der ersten Halbzeit. Aufreger nach gut 20 Minuten bei Kevin Friesendichtler, der wird im Sechzehner nämlich, ja, gelegt. Fällt aber auch, muss man sagen, obwohl möglicherweise ein Kontakt schon da war, was man so gesehen hat. Viel zu theatralisch, deswegen gehe ich mal davon aus, hat der Schiri den Elfer nicht gegeben, das oder vielleicht hat er uns einfach nicht, ja, gemocht an der Stelle. Nein, aber unterm Strich, gut, gibt es eben da keinen Elfer. Aus der Aktion resultiert dann trotzdem noch eine Torschau. Skuhen ist es nämlich, ja, wenig später dann doch abschließt am Sechzehner. Sein Schuss aber dann doch zu ungefährlich und kann eben dann noch pariert werden. Ja, danach, wie gesagt, weiterhin Sturm, gemächlich, aber doch am Drücker. Nach einer halben Stunde, gut, dann die entscheidende Aktion in der ersten Hälfte. Ballgewinn im Mittelfeld bei dem Black ist. Der Ball kommt zu Ota Gitaischvili, der, ja, mit seinen unverwechselbaren Messi-Läufen, würde ich schon fast sagen, wuselt sich da wieder durchs Mittelfeld und dann mit dem idealen Zuspiel perfekt in die Schnittstelle zu Jakob Janscher, der dann auf einmal allein vor St. Pöltenkeeper Riegler auftritt und, ja, den Ball dann einfach reinhaut im Stile eines Top-Stürmers. Also Janscher, der ja eigentlich vor der Saison kein Stürmer war, lebt da seinen x-ten Frühling. Und ja, macht das wirklich eiskalt und trifft eben zur verdienten Führung für die Blackies nach der knappen halben Stunde. Danach Sturm schon weiter kontrollierend in der ersten Halbzeit, aber so gegen Ende, knapp vor der Pause, wurde man doch vielleicht ein bisschen nachlässig in der Defensive. Zumindest hat man ein bisschen mehr zugelassen. Also zunächst kommt wieder St. Pölten aus der halblinker Position zum Abschluss, wo Siebenhandel den Ball abwehren kann und Dante dann nochmal den weghauen muss. Und ja, danach dann nochmal eine Ecke, wo der Kopfball drüber geht. Also St. Pölten, ja, versucht schon trotzdem an der Ergebnistafel zumindest zu kratzen, knapp vor dem Seitenwechsel. Das gelingt allerdings nicht. Und ja, nach der Pause, dann aber trotzdem, ja, die erste Halbchance noch für Sturm, wo Friesenbichler im entscheidenden Moment im 16er nochmal abgeblockt wird. Da wäre aus aussichtsreicher Position zum Abschluss gekommen, aber da ein St. Pöltener, der sich da noch dazwischen legt. Danach aber die vielleicht beste Phase der Niederösterreicher. Über die halbrechte Seite haben sie zu viel Platz. Ich glaube, es war Blauensteiner, der den Abschluss dann getätigt hat. Eben Siebenhandel kann den Ball aber gut parieren. Und ja, nach dieser Aktion gibt es eben die darauffolgende Ecke und die war dann sogar noch gefährlicher. Eckball St. Pölten bis in Toverbo im 16er, wie das so ist. Und dann auf einmal kommt Luan völlig ungehindert. Also wirklich am Fünfer schon. Zum Abschluss bekommt den Ball aber nicht kontrolliert und haut ihn drüber. Also war ein bisschen gefährlich. Also der Ex-Blackie, der brasilianische Defensivmann Luan, hätte auf jeden Fall den Ausgleich an der Stelle erzielen müssen, muss man sagen. Da hätte auch Siebenhandel nichts mehr machen können, würde ich mal behaupten. Und ja, das war so die kritischste Phase aus Sturmsicht. Danach fangen sich die Schwarz-Weißen aber wieder. Das Ganze eben, wie gesagt, zieht sich da noch bis in die 70. Minute. Aber danach, da geht es dann wieder ab beim Esker Sturm. Andreas Kuhn, der ein bisschen Platz hat im Mittelfeld. Ohnehin, die Sankt Pöltener jetzt nicht immer 100% genau, wenn sie gegen den Mann gegangen sind. Und das hat Sturm an der Stelle ausgenutzt. Kuhn hat zu viel Platz, flankte Ball in den 16er. Der Ball wird, glaube ich, von Friesenbichler nochmal abgelegt auf Janscher. Janscher liegt dann nochmal zurück auf den mitgelaufenen Kuhn. Sein Abschluss wird von einem Sankt Pölten-Spieler nochmal abgefälscht. Und dann ist es Friesenbichler da, der im Fallen noch abstaubt und das 2-0 für den Esker Sturm erzielt. Kurios an der Stelle. Friesenbichler hätte da eigentlich schon ausgewechselt werden sollen. Oder zumindest in der nächsten Aktion wurde er dann nämlich auch, und zwar, ja, wurde ersetzt durch Bekim Barley. Warum ist das so erwähnenswert? Ihr könnt es euch denken, ein paar Minuten später, Minute 77, war es dann, glaube ich, der dritte Treffer für Sturm. Freistoß über die halbrechte Seite. Jakob Janscher mit der perfekt gezirkelten Flanke auf den Kopf des Albaners. Und Bekim Barley macht da das 3-0. Da sind auch die Sankt Pölten zu schleißig in der Defensive. Sturm eben auch durchsetzungsfähiger, wie man es halt drehen möchte. Und Barley eben mit dem 3-0 für Sturm. Danach war die Messe endgültig gelesen von Sankt Pölten, kam nicht wirklich mehr was. Sturm hat es ja gemächlich verwaltet, hat aber trotzdem noch immer Dominanz, wie ich finde, ausgestrahlt. Und hätte dann auch knapp vor Ende fast noch den vierten Treffer gemacht. Bekim Barley bekommt über halb links das ideale Zuspiel serviert. Und sein Schuss dann aber landet auch nur am Aluminium. Wäre natürlich nochmal so, ja, die Kirsche drauf gewesen. Aber man will jetzt auch nicht größenwahnsinnig werden. Das 3-0 vollkommen legitim und okay. Ja, die Blackies verhalten sich zumindest nicht nur von den Ergebnissen, auch in Phasen des Spiels vereinzelt wie eine Spitzenmannschaft. Natürlich darf man jetzt nicht größenwahnsinnig werden, das ist schon klar. Aber trotzdem im Moment muss man sagen, es wirkt alles gut aufeinander abgestimmt, was Sturm betrifft, was das Sportliche anbelangt. Also da dürften einige Leute wirklich vieles richtig gemacht haben. Und ja, da darf man wirklich gespannt sein, ob man es vielleicht heuer sogar mal zusammenbringt, ja, das früher, ich will es jetzt nicht, ja nicht schwarz mal, aber das früher mal sportlich nicht zu versauen und vielleicht so halbwegs seine Leistungen konservieren zu können. Ja, dann bin ich wirklich gespannt, was am Saisonende dabei rausschaut. Von dem her, ja, war es das dann eigentlich auch schon wieder von mir. Bevor ich das Video beende, schreibt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie? Seid ihr im Moment zufrieden mit den Blackies oder gibt es da doch noch einiges an Verbesserungspotenzial? Ich bin wie immer auf eure Meinungen sehr gespannt und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwurzen natürlich, sauber Burschen und bis dann. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.